Gesetzentwurf im Bundestag Der Wolf bleibt ein Politikum, die FDP will ihn in Deutschland zum Abschuss freigeben, und das obwohl die Schäden durch die Tiere bislang sehr überschaubar sind. Die FDP will die Jagd auf Wölfe in Deutschland erlauben. Weil es mittlerweile zu viele Wölfe gibt, müssen sie bejagt werden, sagt FDP-Ager-Politiker Karl-Heinz Busen. Der Antrag soll im Bundestagsplenum am Freitag beraten werden. In dem Entwurf wird die zunehmende Verbreitung des Wolfs als Erfolg des Natur- und Artenschutzes genannt, zugleich werden damit verbundene Konfliktpotenziale im Zusammenleben zwischen Mensch und Tier betont. Vor allem Kinder könnten Wölfen nicht einschätzen, argumentiert die FDP. Außerdem steige die Zahl der Risse von Nutztieren, heißt es in dem Papier. Demnach soll durch die bundesweite Einbindung von Jägern in das sogenannte Wolfsmanagement eine gesunde Population angestrebt werden. Die Population der mitteleuropäischen Wölfe sei größer, als die Bundesregierung zugeben mag, sagte Busen. Auch die AfD-Fraktion im Bundestag will in der laufenden Sitzungswoche einen Antrag zum Thema Wölfe einreichen, sagt der parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann. Es gehe darum, die Wolfspopulation zu regulieren und eine Obergrenze für den Bestand der Tiere festzulegen. Wölfe breiten sich in Deutschland seit Jahren immer weiter aus, was zunehmend zu Konflikten führt. Nach jüngsten Zahlen der Behörden lebten hierzulande zuletzt etwa 150 bis 160 erwachsene Tiere. Nach Recherchen von t-online.de richten sie im Verhältnis aber erheblich weniger Schaden an, als andere Wildtierpopulationen. Wölfe sind nach deutschem und europäischem Recht streng geschützt. Es ist verboten, sie zu fangen oder gar zu töten. Quelle Doppelpunkt Nachrichten Agentur AFP